Nach so vielen schönen Bildern haben wir jetzt noch mal was für die Ohren. Neben mir sitzt Thomas Merritt. Hallo Thomas. Du hast deine Gitarre mitgebracht. Genau. Sag mal, bist du nicht eigentlich Schlagzeuger? Doch, eigentlich schon. Ich habe mit Schlagzeug angefangen, aber dann festgestellt, mit dem Schlagzeug zu tun ist ein bisschen schwierig. Deswegen auch Gitarre. Und mit Gitarre kriegt man auch leichter Mädels als mit dem Schlagzeug. Du hast uns ein Lied aus deinem neuen Album mitgebracht. Genau, das hoffentlich bald erscheint. Das heißt Today's November. Wunderbar. Und es ist auch so am Stück entstanden, also so wie es jetzt gespielt wird. Dann bin ich gespannt. Leg los. Ist klar. Wunderbar. Untertitelung. BR 2018 And I can see those things, those inherent means, mass communication. And I can see those things laying ahead of me. Today is November. Leaves are turning brown. Browns are going round. Today is November. Thoughts are going round. Going merry round. Today is November. Today is November. Today is November. I can see the pain. I can see the strain. But I can't see the end yet. But I can see those things laying ahead of me. Today is November. I can see those days. I can think in many ways. Spring and autumn, they're the same. But now tell me, tell me what you mean. 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 What you mean. Tell me what you mean. You know, I can see the pain. See you there. The worst. The worst.